ich habe keine lust auf dem wasser regt mich auf du bist ja wie das geht und jetzt sagt mich nie hast du gerade links das wird spannend das kubi mensch was machst du eigentlich immer mit mir hier ich sehe ich auch nicht ich habe das gefühl da kommen noch mehr richtig wie kommst du drauf was bist du aber das ist ein bisschen ja das ist noch unterkopp das überlebt aber das ist wunder mich gut dann mal weiter oh ja da kommen neue jaja wo denn weiß ich nicht uns hat gerade jemand geordnet cool aber dann tschüss noch tschüss fuck alter ich kann das auch nicht so schnell lesen ne das ist äh ja 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 schon nicht passig ich hab halt nur nahkampfzeug jedoch die hoch du spaß die kommt von mir so das ist aber auch da können wir langsam ein bisschen runter kommen so also noch nicht oder was bist du alter ich krieg hier ich krieg es nicht gerade so ja ja komm das mit man nachladen äh genau genau erstmal die zone ne doch nicht alter oh warte wir gehen aber nicht da na wir gehen von hinten und dann und dann auch mit und und also mit nein ja ich hab den wenigstens noch ja ich will nicht mehr wir haben uns kein mieter bewegte richtig viel nein bitte 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 ja ich habe keine muni scheiße schon 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 wo ist er denn kann man nicht tun die würde ich so von ich werde ich sofort von und das wollte ich sagen ja dann los quatsch da ist die leine da haben es mir ich mache doch immer mit der firma erhalte ich vorher nicht dass der gegner sind in den das aus hier scheiße abgetroffen fertig werden mit heilen aller ja wenn wir das holen aber so was hatten wir mit moritz letztens auch da kam immer mehr gegner und immer mehr gegner habe ich gesehen die die katz da das wurde ich ohne mauch klar ist der hat eskelated quickly habe ich geschrieben da haben wir stelle des videos da kommen die wo da von da war das hier oben ich denke mal die werden hier oben hallo nein ich bin doch so doof ja 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 bitte 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 da war noch mal welche ja an der ecke wo wir standen wo wir gescoutet haben und ich glaube unter uns sind also unten drin sind auch welche ich habe nicht weggemacht ja genau da wo wir gescoutet ich habe nicht zu doof fuck oh wow oh ok hat jemand noch nicht gescoutet nein ok oh alter schon wieder da sie doch kommt steppe ich steppe ich steppe ich steppe ich jetzt sind zurückgegangen mhm 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 wenn du jetzt jaja joe ko tank ein bisschen geschluckt haben ein bisschen mehr geschluckt er redet jetzt runter hast du noch schilder ich habe nichts mehr das ist die zone halt nein okay wir sind uns ja 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 jungen unten ja da da ist der alter was zur helle alter ich glaube eher dass wir direkt los muss man aber also mal richtig poschen zu geschluckt habe ich noch kurz es ist egal egal jetzt kommt ja kommen nein nein tut es doch nicht nein hinter dem haus ist einer der kommt rein links von dir quasi geradeaus aber keine runde 2 3 2 2.500 Schaden, ey. Nur ein bisschen eher, ja. Geile Scheiße, ey. Schnelles Ding.